Ein Adapter für Standardstative In jeder Bildungseinrichtung gibt es zahlreiche Standardstative aus analogen Zeiten. Mithilfe des Durchsichtadapters lassen sich auf einfachste Weise Videos mit dem Handy oder einem iPad aus verschiedensten Perspektiven aufnehmen. Von oben zum Beispiel für Tutorials in Legetechnik. Auch von der Seite sind Aufnahmen, zum Beispiel für Stop-Motion-Videos, möglich. Für Aufnahmen mit einer 360-Grad-Kamera wird die Bohrung an der Unterseite genutzt. Der Adapter besteht aus Acrylglas mit einer Leiste. Diese kann an jedes Stativ geschraubt werden und bildet eine Kante zur Auflage eines Handys oder eines iPads. Die Schrauben an den Stativen sind genormt und ihr Durchmesser beträgt ein Viertel Zoll, das sind 6,35 mm. Was Sie brauchen? Eine 24 x 19 cm große Acrylglas-Scheibe. Ein Stück Holz, ebenfalls 24 cm lang und 6 cm breit. Eine Dicke von ca. 2 cm ist perfekt. Zwei ca. 2 cm lange Schrauben, deren Kopf unten flach ist, zum Beispiel Rundkopf- oder Tellerkopfschrauben. Ein Bohrer mit 6 mm Durchmesser. Je ein Bohrer, der 0,5 mm kleiner und 0,5 mm größer ist als der Durchmesser der Schrauben. Ein Schrauber, ein Geodreieck, ein Permanentmarker, ein Bleistift, ein Lineal, ein Schraubendreher, eine Unterlegplatte und gegebenenfalls eine Klemme. So geht's. Mittelpunkte der Löcher auf der Scheibe anzeichnen und mit dem Bohrer, der minimal größer ist als die Schrauben, durchbohren. Löcher auf das Holzstück übertragen und mit dem kleinsten Bohrer bohren. Auf der Vorderseite und auf der Unterkante der Leiste jeweils mittig das Loch für die Stativschraube anzeichnen und anschließend mit dem 6 mm Bohrer bohren. Schutzfolien entfernen, Acrylglas-Scheibe festschrauben. Den Adapter mit dem Stativ über die Madenschraube oder eine Schnellspannplatte verbinden. Acrylglas-Scheibe reinigen, der Drehkant starten. Die Zeichnung zum Adapter und die Materialliste finden Sie in der Mediathek des EQSH. Untertitelung des ZDF, 2020